Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wahlkampfstraßenfest heute. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich da seid und am besten auch noch super Wetter mitgebracht habt. Das heißt, es regnet nicht und dafür sind wir doch alle sehr dankbar. So, mein Name ist Kai Bartosch, ich bin Bezirksvorsitzende der Linken hier in Reinickendorf und ich möchte euch erstmal sagen, dass wir nicht nur gutes Wetter, sondern auch gutes Programm mitgebracht haben. Das heißt, es gibt zahlreiche Infostände links und rechts von mir, könnt ihr sie sehen. Ihr könnt mit Bürgerinitiativen sprechen und mit uns von der Linken und euch Wahlprogramme geben lassen. Weiterhin haben wir einen Kinderstand mit Popcorn und Zuckerwatte und vielen schönen Spielchen für die kleinen und großen Kinder. Und weiterhin haben wir natürlich auch Essen und Trinken und zwar einmal von unserer Kochtour, da hoffe ich, dass mich jetzt Gülistan und Caro sehen und hören. Ich glaube nicht, sie kochen nämlich gerade. Gülistan und Caro, hört ihr mich? Leider nein, aber jedenfalls kochen sie ein leckeres Lünnssüppchen für uns und dazu gibt es auch Fladenbrot. Ich versuche es nachher nochmal. Weiterhin gibt es Essen von der Organisation, von der Flüchtlingsorganisation Refugeat und natürlich alles auch kostenlos für euch hier in Reinickendorf. Dann möchte ich jetzt noch aufmerksam machen, dass noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten der Linken sich hier auf dem Fest rumtreiben, wobei noch nicht alle eingetroffen sind, weil sie da teilweise noch andere Termine haben. Ich will mal anfangen mit Katina Schubert, die ist leider noch nicht da. Sie hat einen Termin im Atrium noch und wird dann kommen. Sie ist die Direktkandidatin für das Abgeordnetenhaus hier aus dem Märkischen Viertel und aus Lübars. Dann bei Felix Lederle ist das Gleiche. Er hat auch einen Termin noch und wird später kommen. Felix ist der direkt zu wählende Abgeordnete im Wahlkreis Tegel, Heiligensee, Konrads Höhe und Saatwinkel. Dann habe ich aber jemanden, der ganz sicher da ist, nämlich Hakan Tatsch. Hallo Hakan, du kannst jetzt mal gerne winken. Und der Hakan ist heute oder wird gleich mich auf dem Podium besuchen als direkt zu wählender Bundestagskandidat. Aber natürlich ist er auch hier fürs Abgeordnetenhaus und er vertritt den Wahlkreis Reinickendorf-Ost und Reinickendorf-West. Und gleich wird er bei mir auf der Bühne sein. Dann ist leider Dana Saki krank. Ihm geht es nicht gut. Er lässt sich entschuldigen. Er wäre sonst auch heute hier gewesen. Er vertritt Reinickendorf-West, Tegelsüd, Wittenau und die Mekkeritzwiesen. Und dazu komme dann noch ich. Also ich moderiere das heute so für euch. Und ich vertrete auch den Wahlkreis Fronau-Hermsdorf-Freie-Scholle. Wenn ihr dort wohnt, dann könnt ihr mich direkt ins Abgeordnetenhaus wählen. Jetzt komme ich aber zum Programm. Wir haben verschiedene Künstler heute hier. Zum einen Percussion-Künstler Raj Zamanorn. Der wird auch zuerst gleich hier auftreten. Vielen Dank, dass du heute da bist. Dann haben wir auch einen Cellisten, Mark Brabetz. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ah, da ist er ja. Okay. Dein Cello wäre, glaube ich, auffälliger gewesen, wenn du es senkrecht hingestellt hättest. Dann hätte ich dich sofort gesehen. Du wirst auch später noch bei uns musizieren. Und zuletzt die Band No Way. Da habt ihr sie gleich schon vorhin schon mal gesehen beim Test. Jetzt sind sie hier irgendwo und hoffentlich kriegen sie auch was Zuckerwatte und Popcorn irgendwo. Und dann fangen wir an mit dem Polit-Talk. Wir haben heute drei Diskussionen für euch vorbereitet. Zunächst geht es, wie schon angekündigt, zum Bundestag mit Hakan. Und danach werden wir Musik haben. Und dann werden wir zur Kommunalpolitik sprechen. Vor allem mit Felix Lederle, den ich vorher schon angekündigt hatte. Unserem alten und hoffentlich neuen Fraktionsvorsitzenden in der BVV. Zusammen mit Bürgerinitiativen hier aus Reinickendorf. Und der letzte Polit-Talk des Tages wird dann zum Landeswahl sein mit Katina Schubert, die ich ja auch vorhin schon angekündigt hatte. Sie wird mit einer jungen Genossin aus dem Jugendverband von uns in Reinickendorf ein bisschen erzählen und hier über Politik reden. Jo, das ist jetzt unser Programm. Ich würde sagen, es geht los. Also Hakan, lieber Hakan, komm bitte auf die Bühne. Wo bist du jetzt schon wieder? Achso, genau. Und Hakan, du kannst jetzt erstmal genau ein bisschen reden. Jetzt habe ich natürlich vergessen, dass wir eigentlich trommeln wollten vorher. Ja, du hast recht. Musik wäre besser, lieber Hakan, dann können wir nochmal. Entschuldigung. Wir wollen 10 Minuten ungefähr trommeln. Musik. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aber Hakan, wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Bitte Hakan, komm jetzt zu uns auf die Bühne. Und natürlich begrüße ich auch Petra Pau, liebe Petra, Bundestagsvizepräsidentin, heute zu uns gekommen und Direktkandidatin aus Marzahn-Hellersdorf. Genau, bleib erstmal gerne noch kurz sitzen und dann wirst du ja auch mit Hakan und Stefan zusammen ein bisschen über Politik, über die gute alte Bundespolitik reden. So, Hakan, für dich das Mikrofon. Ja, danke schön. Herzlich willkommen, liebe Reinickendorferinnen und Reinickendorfer. Am 26. September wird auch der Bundestag neu gewählt. Mit ihrer Stimme entscheiden sie darüber, welche Mehrheiten die Politik die nächsten vier Jahre in Deutschland bestimmen werden. Ich bin Hakan Tasch, bereits angekündigt worden, kandidiere hier im Wahlkreis Reinickendorf als Bewerber von der Linken für den Bundestag und möchte allem voran alle Demokratinnen und Demokraten darum bitten, von ihrem Wahlrecht tatsächlich auch Gebrauch zu machen. Das wird entscheidend sein. Mehr demokratische Stimmen werden bewirken, dass wir weniger Nazis in den Parlamenten haben werden. Es ist schon jetzt unerträglich, die Hetze der Nazis in den Parlamenten hinzunehmen. Es tut wirklich weh, diese diskriminierenden und rassistischen Parolen im Herzstück der Demokratie zu ertragen. Insofern ist es schlimm genug, dass sie unsere Parlamente mit ihrer Anwesenheit beschmutzen. Wir können aber gemeinsam, denke ich, dazu beitragen am 26. September, dass sie weniger Abgeordnete stellen und das allein sollte jeder und jedem Demokraten eine große Motivation sein. Darüber hinaus befinden wir uns in einer Zeit, in der die Weichen für die zukünftigen Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte gestellt werden. Der Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie wird die sozialpolitische Entwicklung der kommenden Generationen prägen. Alleine die Milliardäre haben in der Pandemie ihr Vermögen um sage und schreibe um 100 Milliarden erhöhen können, während die Ärmeren und Ärmsten ihre Jobs verloren haben, von Kurzarbeit leben müssen und nach wie vor in ihrer Existenz bangen. Die Pandemie hat die bestehende Vermögensfrage in Deutschland lediglich verschärft und der kommende Bundestag wird entscheiden müssen, wer die Kosten der Pandemie tragen soll. Die FDP und Union wird die Armen zur Kasse bitten, um ihre großen Spender und Sponsoren nicht zu verärgern. Die SPD und die Grünen werden versuchen, sowohl die Bevölkerung als auch in geringerem Maße die Vermögenden zur Kasse zu bieten, halbherzig und nicht konsequent, leider. Die Linke, liebe Reinickendorferinnen und Reinickendorfer, hingegen will alle in Not geratene Menschen unterstützen und selbstverständlich auch entlasten. Wir wollen eine ordentliche Entlohnung und gute Arbeitsverhältnisse für die Helden dieser Pandemie. Krankenschwestern, Erzieher, Kassierer und so weiter. Die sollen selbstverständlich mehr bekommen. Die Millionäre und Milliardäre wollen wir hingegen endlich an den Kosten dieser Krise selbstverständlich beteiligen, die durch die Pandemie dermaßen profitiert haben. Auch die Frage nach dem richtigen Umgang mit dem Klima wird das für das Leben der nächsten Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, entscheidend sein, aber auch in der Außenpolitik, Bildungspolitik oder Einwanderungspolitik, unterscheidet sich das Wahlprogramm der Linken deutlich von denen der anderen Parteien. Wie unsere inhaltliche Ausrichtung so ist, das möchte ich heute mit meinen zwei Gästen besprechen. Hierzu haben wir zwei renommierte Podiumsgäste gewinnen können. An erster Stelle Petra Pau. Petra ist hier. Herzlich willkommen Petra. Petra sitzt meines Wissens, wenn ich mich nicht täusche, seit 1998 als rechtsgewählte Abgeordnete im Bundestag und tritt auch bei dieser Wahl im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf an. Sie ist gleichzeitig die Spitzenkandidatin von uns hier in Berlin. Seit 2006 ist sie zudem Vizepräsidentin des Bundestages und macht selbstverständlich einen hervorragenden Job. Noch einer, von dem man lernen kann, seinen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Drei Mal hintereinander, das ist eigentlich fast unmöglich, aber du hast das immer wieder gestafft. Petra selbstverständlich auch. Ja, Stefan Liebig ist ein außergewöhnlicher Außenpolitiker, der über die Parteigrenzen hinweg sehr beliebt und hochgeschätzt ist. Er sammelte sehr viele Erfahrungen als Landespolitiker, bevor er im Jahr 2009 den Wahlkreis Pankow gegen Wolfgang Thirse behauptete und direkt in den Bundestag einzog. Seitdem hat er das Tränkmandat in Pankow verteidigen können, was sicherlich nicht zuletzt an seiner guten Arbeit im Bundestag gelegen haben wird. Und auch bei diesen Wahlen werden wir diesen Wahlkreis mit Udo Wolf sicherlich verteidigen können. Insofern freue ich mich natürlich an der Stelle auf das Gespräch mit euch beiden. Vielleicht fangen wir mit Petra an. Petra, vielleicht kannst du erstmal die Frage beantworten, wie kamst du überhaupt in die Politik? Oje, wie viel Zeit haben wir denn heute? Nicht so viel. Nein, also 1989, 90 spielte sich nicht nur in dieser Stadt etwas ab, sondern insgesamt in der ehemaligen DDR. Es gab die friedliche Revolution und es gab 1990 die erste und letzte freie und geheime Wahl zum Parlament der DDR. Und damals am 18. März 1990 war klar, irgendwann wird es eine Vereinigung von Ost- und Westdeutschland geben und damit auch hier in Berlin. Keiner wusste, wann die Einheit kommt, keiner wusste, wie sie kommt, wie das alles sich anfühlt. Ich als junge Frau fragte mich, wirst du jetzt hineinverwaltet in die Bundesrepublik oder kannst du was machen? Und was habe ich gemacht? Etwas, was ich jedem empfehle, nämlich, ich habe kandidiert für die Bezirksverordnetenversammlung in Hellersdorf. So bin ich in die Politik geraten. Ich höre mal an der Stelle so weit auf, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du wirst mal Bundestagsabgeordnete oder gar Vizepräsidentin desselben, den hätte ich zum Arzt geschickt. Also das war nicht der Plan. Petra, du hast mal mit Gesine Lötzsch, wenn ich mich nicht täusche, ohne Fraktion im Bundestag gesessen. Was bedeutet eine starke Linksfraktion im Deutschen Bundestag? Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie auf Nummer sicher und sorgen Sie dafür, dass es eine parlamentarische Linke gibt, und zwar eine starke parlamentarische Linke und damit auch einen parlamentarischen Partner, nicht nur für die gesellschaftspolitische Linke, sondern für alle, die für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und mehr Demokratie einstehen. Weil im Jahr 2002 haben meine Kollegin Gesine Lötzsch und ich zwar unsere Wahlkreise direkt gewonnen, aber unsere Partei schwächelte ein wenig und da war es so, dass wir keine 5% der Stimmen bundesweit auf uns vereinigt hatten. Wir beide waren Mitglieder des Bundestages, aber es gab keine PDS-Fraktion, wie damals noch die Linke hieß. Was ist in den Jahren 2002 bis 2005 passiert? Sie erinnern sich vielleicht, Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV wurden beschlossen. Die sogenannten zwei Gesundheitsreformen wurden beschlossen, zum Beispiel die inzwischen wieder abgeschaffte Praxisgebühr. Die Riester-Rente wurde eingeführt. Ich habe damals schon gesagt, das ist so, als wenn man ihnen erst die Geldbörse klaut und dann der Dieb zu ihnen kommt, um ihnen eine private Diebstahlsversicherung anzudrehen. All das ist in der Zeit passiert, weil es gab keine parlamentarische Linke, die auf die SPD und die Grünen, die damals regiert haben, nicht nur aufgepasst hat, sondern auch Druck aufmachen konnte, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Und deshalb mein Tipp, am liebsten bei allen drei Wahlen, die am 26. September anstehen, Bezirksverordnetenversammlung, ein Kreuz bei der Linken, Abgeordnetenhaus, ein Kreuz bei ihren jeweiligen Direktkandidatinnen und Kandidaten, aber vor allen Dingen bei der Linken, damit es eine starke linke Fraktion im Abgeordnetenhaus gibt. Und bei der Bundestagswahl haben sie auch zwei Stimmen, eine für Hakan Tasch und eine zweite, und ich habe Ihnen gerade erklärt, wie wichtig das ist, dass es da eine starke Fraktion gibt, für die Linke. Machen Sie bitte keine Experimente, manch einer redet Ihnen ja ein, Sie wählen am 26. September irgendwie eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, das ist Unsinn. Sondern, wenn Sie Herrn Laschet nicht als Bundeskanzler wollen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass es eine starke Linke gibt, das ist nämlich die einzige Partei, wo im Moment gesichert ist, die einzige demokratische Partei, wo im Moment gesichert ist, dass wir im Bundestag nicht für Herrn Laschet stimmen. Und das könnte die Chance eröffnen zu einem Politikwechsel und eine Chance für die CDU und CSU, sich in der Opposition zu erneuern und zu regenerieren. Petra, vielleicht eine dritte Frage an dich. Du hast ja jetzt gerade eben nochmal deutlich gemacht, wie wichtig und notwendig die Linke im Deutschen Bundestag ist. Wird sich die Linke, damit in Deutschland etwas sich verändert, an einer möglichen Koalition mit der SPD, als aber auch mit den Grünen beteiligen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Hier stimmt wieder die Reihenfolge nicht. Die Reihenfolge kannst du selber bestimmen. Erstens ist es notwendig, eine starke parlamentarische Linke zu haben. Dann können wir tatsächlich mit der SPD und den Grünen darüber reden, ob wir den Mindestlohn auf 13 Euro anheben können, ob es eine eigenständige Kindergrundsicherung gibt, ob Hartz IV abgelöst wird durch ein menschenwürdiges Geld für diejenigen, die eben aus welchen Gründen auch immer nicht aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt bestreiten können, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Sanktionen und so weiter. Und auch die Anhebung des Rentenniveaus, die Sicherung desselben oder eine Pflegevollversicherung. Ich könnte jetzt noch unser ganzes Programm durchdeklinieren. Das sind aber auch Bedingungen. Mehr soziale Gerechtigkeit, eine friedlichere Welt und mehr Demokratie, über die wir miteinander zu reden haben. Also die Frage ist nicht das Ob, sondern ob sie es uns ermöglichen, überhaupt in diese Position zu kommen. Auch, das wissen wir beide aus Erfahrung, Stefan und ich, es ist nicht ganz egal, in welcher Gesellschaft SPD und Grüne in den Parlamenten und gegebenenfalls auch in Regierungen sind. Sonst passieren da Dinge, die kann man sich gar nicht ausmalen. Also das ist völlig klar. Herzlichen Dank. Stefan, wir fangen mit etwas aktuellem an. 20 Jahre Afghanistan-Einsatz hat ja im Grunde genommen gar nichts gebracht. Wie konnte in Afghanistan solch ein Desaster tatsächlich passieren? Waren 20 Jahre Bundeswehr am Hindukusch umsonst? Ja, es ist bitter, das zu sagen, aber die Antwort ist leider ja. Ja, als der 11. September geschehen ist, also als Terroristen viele tausend Menschen in New York und Washington umgebracht haben, da gab es große Solidarität mit den Menschen in den USA hier in Berlin. Es gab eine große Demonstration. Petra und ich waren dabei, die PDS hat dazu mit aufgerufen. Wir haben gesagt, wir stehen an der Seite der Menschen in den USA. Und dann hat Gerhard Schröder als Bundeskanzler gesagt, es gibt uneingeschränkte Solidarität mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit wurde er in diesen furchtbaren Krieg, den George Bush-Krieg gegen den Terror nannte, mit hineingezogen. Und unser Land auch. Und seit 20 Jahren sind Tausende und Abertausende Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan geschickt worden, von Mehrheiten im Deutschen Bundestag, immer gegen die Stimmen der Linken. Und von diesen Soldaten sind ganz viele an Körper und Seele verletzt zurückgekommen. Und man muss leider auch sagen, über 50 Soldatinnen und Soldaten sind überhaupt nicht zurückgekommen, weil sie in diesem Krieg gestorben sind. Und das Versprechen war, dort eine demokratische Nation aufzubauen. Und es war ein Irrtum zu glauben, dass man das mit militärischen Mitteln erreicht. Und es ist bitter festzustellen, dass jetzt ganz am Ende nicht einmal daran gedacht wurde, diejenigen zu schützen, die an der Seite der westlichen Staaten dort gearbeitet haben. Und wir als Linke haben das seit Jahren, ich habe ja als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses gearbeitet, wir haben seit Jahren unseren Ministern gesagt, das Mindeste ist, dass ihr die Leute schützt, die dort waren. Nichts haben sie gemacht. Und am Schluss ging es heute an die Polter. Sie haben wahrscheinlich alle diese schrecklichen Bilder gesehen. Und es sind jetzt einige Verteidigungsminister in Europa zurückgetreten, wegen dieses Versagens. Aber in unserer Regierung hier in Deutschland kann man offenbar machen, was man will. Da kann man wie Scheuer das Geld verbrennen oder wie Heiko Maas so ein Desaster verantworten. Es gibt keine Konsequenzen. Und ich finde das furchtbar. Ich finde das schlimm. Und wir haben jetzt, das will ich auch sagen, Verantwortung übernommen. Ja, wir als Linke waren gegen diesen Krieg. Aber Deutschland war jetzt 20 Jahre in diesem Land. Und es gibt Menschen dort, die haben daran geglaubt, dass sie geschützt werden, wenn sie für Demokratie und Menschenrechte eintreten. Diese Menschen werden jetzt verfolgt. Und wir als Deutschland haben die Verpflichtung, diese Menschen, wenn sie fliehen, hier aufzunehmen. Ich habe vor wenigen Tagen einen Bericht gelesen in den New York Times und mir kamen fast die Tränen. In einem der ärmsten Länder in Europa, nämlich in Albanien, sind 4000 Flüchtlinge aus Afghanistan jetzt aufgenommen worden. Die bringen die Menschen in den schönen Adria-Hotels runter. Und der Premierminister von Albanien sagt, wir wollen nicht die Flüchtlinge in Camps unterbringen. Wir als Albaner wissen selber, wie es ist, auf der Flucht zu sein. Und bei uns drückt sich die Bundesregierung vor dieser Verantwortung. Dazu sagen wir, nein, wir waren gegen diesen Krieg, aber jetzt haben wir Verantwortung übernommen und der müssen wir auch nachkommen. Stefan, als als ehemaliger außenpolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion hast du dich ja auch sehr häufig mit der Demokratiebewegung in der Türkei beschäftigt, hast dich auch dazu mehrfach geäußert, ist eine Demokratie mit Erdogan in der Türkei überhaupt noch möglich? Was muss sich in der Türkei verändern und wie muss sich die deutsche Außenpolitik diesbezüglich verändern? Als Herr Erdogan vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gewählt wurde, gab es durchaus Hoffnung. Auch bei mir, auch im Bundestag. Wir haben gesagt, da ist jemand an der Macht, der vertritt einen großen Teil der türkischen Bevölkerung, der muss eine Chance haben. Es gab auch einen Wirtschaftsaufschwung, er hat auch gegenüber den Kurdinnen und Kurden im Land am Anfang Signale ausgestrahlt, die Hand ausgestreckt und dann ging das in eine völlig andere Richtung. Er hat sich zu einem Autokraten entwickelt, er führt Krieg im eigenen Land und das seit Jahren und eigentlich müsste die Bundesregierung diesem Mann klare Kante zeigen. Sie kann es aber nicht, weil sie sich selber in einer Erpressungssituation begeben hat, weil nämlich die Bundesregierung und die Europäische Union mit Herrn Erdogan ein Abkommen geschlossen hat, wo sie gesagt hat, du bist hier unser Türsteher für Europa, wir wollen nicht, dass Flüchtlinge kommen und du hältst die bitte alle fern. Und dann muss sich die Bundeskanzlerin, dann müssen sich Minister der Bundesregierung von diesem Mann demütigen lassen. Und es ist sogar noch schlimmer, gerade heute, wer heute die aktuellen Spiegel-Ticker-Meldungen liest, wird sehen, dass auf Anfrage unserer Fraktion deutlich wurde, dass in der letzten Wahlperiode aus Deutschland Waffen im Wert von 4 Milliarden Euro an eine ganze Reihe von Staaten, darunter die Türkei, geliefert wurden, die selber in Kriege verstrickt sind. Die Türkei bricht das Völkerrecht in ihrem Vorgehen auf syrischem Territorium. Und das Mindeste wäre gewesen, die Waffenexporte dorthin zu stoppen. Nichts ist passiert. Und deswegen, wenn uns die Außenpolitik, wenn uns die Bundesregierung, wenn uns SPD und Grüne vorwerfen, wir würden keine verantwortliche Außenpolitik betreiben, dann sage ich, schaut euch an, was ihr macht. Ihr kneift die Augen zu, wenn der NATO-Partner Türkei das Völkerrecht bricht. Ja, ihr liefert ihnen sogar noch Waffen für diese furchtbaren Kriege. Wir sagen dazu nein. Ich bin allerdings auch der Auffassung, und das ist manchmal ein bisschen umstritten bei uns, die, es gab ja mal Gespräche darüber, ob die Türkei nicht in die Europäische Union kommen soll. Und das war damals, man kann es sich heute kaum vorstellen, das war eine andere Türkei. Eine Türkei, die sich in Richtung Demokratie bewegt hat. Und dann gab es ganz viele Rückschritte. Und nun gibt es Leute, die sagen, schlag die Tür zu, beendet das. Aber wenn man sich die Wahlen in der Türkei anguckt und noch einkalkuliert, dass nicht immer alles ganz fair dort zugeht, dann ist es mindestens die Hälfte der Bevölkerung in der Türkei, die selber nicht einverstanden ist mit der Politik von Herrn Erdogan. Und die sagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und den Leuten möchte ich nicht sagen, es gibt keine Perspektive. Das heißt, ich wünsche mir, dass es in der Türkei andere Mehrheiten gibt, eine andere Regierung, einen anderen Präsidenten und dass wir mit dieser Türkei dann erneut über ein Aufeinanderzugehen von EU und Türkei reden können. Du bist jetzt gerade kurz auf NATO eingegangen. Als Bedingung für eine Koalition möchte unter anderem die SPD ein Bekenntnis zu NATO ja haben. Warum bekennt sich die Linke nicht einfach zu NATO? Ich bin ja kein religiöser Mensch, aber religiöse Menschen sagen mir, dass Bekenntnisse in der Kirche oder in Gotteshäusern abgelegt werden und nicht zu Militärorganisationen. Wir haben aus gutem Grund in unser Parteiprogramm geschrieben, dass eigentlich die Zeit für die NATO vorbei ist. Wer sich ein bisschen zurückerinnert, Petra hat ja auf diese Zeit hingewiesen, 1989, 90 war der Kalte Krieg zu Ende. In Paris haben sich alle Staaten Europas getroffen, aus Ost und West Europa und da haben gesagt, wir wollen künftig gemeinsam für Sicherheit auf unserem Kontinent sorgen. Die Zeit der Konfrontation ist vorbei. Damals hat sich das Militärbündnis des Ostens, der Warschauer Vertrag, aufgelöst. Und damals hätte sich auch die NATO auflösen sollen, weil ihr Gegner ja weg war. Stattdessen hat die NATO weitergemacht, hat Kriege geführt und wenn mir manchmal die Kollegen im Bundestag sagen, das sei ein Bündnis der Werte, dann kann ich nur lachen. Die Türkei ist Mitglied der NATO. Die Türkei hat keine Demokratie im Inneren und sie hält sich nicht ans Völkerrecht im Äußeren. Das ist doch nicht das Bündnis der Werte und im Übrigen, wer in die Geschichte der NATO schaut, wer sich anguckt, wie die NATO beispielsweise mit Griechenland umging, als dort eine Militärdiktatur regiert hat. Das war noch nie ein Bündnis der Werte. Wir bekennen uns nicht zu Militärbündnissen, aber wir sagen auch, das ist eine Frage, die wird weder hier in Berlin noch in den nächsten vier Jahren entschieden. Wenn wir hier im Bund, wenn wir hier für Deutschland mehr soziale Gerechtigkeit, sichere Renten, einen höheren Mindestlohn erreichen können, dann behalten wir zwar unsere Position zur NATO, aber dann können wir damit leben, dass das nicht in den nächsten vier Jahren umgesetzt wird. Und ich will mal ein Beispiel bringen, vielleicht haben Sie in den Nachrichten gehört, dass im schönen Norwegen vor wenigen Tagen gewählt wurde. In Norwegen ist die konservative Regierung abgewählt worden und die Sozialdemokratie hat gesagt, sie bildet ein Mitter-Links-Bündnis mit der dortigen Linkspartei. Und die haben sogar schon mal eine Regierung gehabt mit der Linkspartei und jetzt Überraschung, die Linkspartei in Norwegen ist schon immer für den Ausstieg Norwegens aus der NATO. Das hat die Sozialdemokraten dort nicht gekratzt und ein berühmter Sozialdemokrat, der dieses Bündnis geschlossen hat, ist heute sogar NATO-Generalsekretär. Also man muss Olaf Scholz auch mal sagen, Stichwort Religion, der soll mal die Kirche dabei im Dorf lassen. Wir können uns darauf verständigen, die Waffenexporte zu stoppen. Dann haben wir eine Entscheidung getroffen, die für die nächsten Jahre was zählen und die Debatten über die Zukunft der NATO müssen wir ohnehin führen. Stefan, du hast uns ja in den letzten Jahren immer wieder unterstützt. Du hörst hier jetzt auf. Werden wir dich nach dem 26. September auch weiterhin häufiger hier in Rheinickendorf sehen? Was steht bei dir an? Wenn ich jetzt Nein sage, ist das total gemein. Aber also, ich war jetzt seit 1995 Abgeordneter. Ich war Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 14 Jahre lang. Dann war ich 12 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und das war eine tolle Zeit. Ich habe die sehr genossen. Und ich gehe auch nicht, weil ich sauer bin mit der Partei oder weil das keine wichtige Arbeit mehr wäre. Für mich ist es so, ich habe vorher beruflich noch nichts anderes gemacht. Und ich bin jetzt in der Mitte meines Berufslebens und ich möchte mal was anderes machen. Und deswegen habe ich in aller Freundschaft und langfristig gesagt, ich trete nicht nochmal an. Wir haben einen hervorragenden Kandidaten in Pankow, Prenzlauer, Bergweisensee, nämlich unseren langjährigen Berliner Fraktionsvorsitzenden Udo Wolf. Ich glaube, Udo Wolf wird auch gerne die Tradition übernehmen, sich um das benachbarte Rheinickendorf zu kümmern. Ich selber habe vor, mich in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein bisschen um linke, transatlantische Beziehungen zu kümmern. Das heißt, auch in den USA gibt es Linke. Vielleicht haben Sie schon mal von Bernie Sanders gehört oder von Alexandria Ocasio-Cortez. Dort bewegt sich etwas und diese transatlantischen Beziehungen, die nichts mit der NATO zu tun haben, die möchte ich gerne fördern. Das heißt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin total oft hier in Rheinickendorf, wahrscheinlich bin ich mehr auf der anderen Seite des Atlantik. Aber wenn ich hier bin, komme ich gern vorbei. Wenn du in Berlin bist, bist du in Rheinickendorf immer herzlich willkommen. Vielleicht zwei Fragen noch an Petra. An der Stelle herzlichen Dank an Stefan Liebisch und einen großen Applaus für ihn nochmal. Am 26. September stimmen wir auch zum Thema Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ab. Warum sollte man diese Initiative in Berlin unterstützen? Und welche Partei steht hinter den Forderungen dieser Initiative? Naja, Die Linke steht hinter den Forderungen dieser Initiative. Wohnen muss bezahlbar sein. Auch in dieser Stadt, aber auch bundesweit. Ich bin Bundespolitikerin und das Problem steht in Hamburg, in München und anderswo ganz genau so. Und diese Initiative hat ganz schön viel Bewegung erst einmal hineingebracht. Auch wenn leider etwas anderes nicht geklappt hat. Die Berliner Landesregierung und das Landesparlament hatten ja in der Mehrheit einen Mietendeckel beschlossen, korrespondierend zu dieser Drohung. Nun müssen wir das auf Bundesebene machen und ich sage Ihnen, wenn dieser Volksentscheid durchkommt und damit das nächste Abgeordnetenhaus und die nächste Landesregierung den Auftrag hat, ein entsprechendes Gesetz zu entwickeln und zu verabschieden, ist das auch Druck auf die Bundespolitik, nämlich den Mietendeckel auf Bundesebene einzuführen und damit den Konzernen auch mal deutlich zu sagen, wir lassen uns das nicht bieten. Übrigens, Mietwohnungen wurden nicht erfunden, um sich zu rechnen und Dividende auszuschütten. Es ging darum, dass man ein Dach über dem Kopf hat, einen Rückzugsraum und seine Wohnung. Also, mit dem Ja zum Volksentscheid unterstützen Sie uns einerseits in der Bundestagsfraktion, andererseits kommt Bewegung hier im Land rein und lassen Sie mich noch mit einer Lüge die mich wirklich ärgert, aufräumen. In meinem Wahlkreis gibt es einen CDU-Direktkandidaten zur Bundestagswahl, der behauptet, dass Mieterinnen und Mieter in Genossenschaften allesamt mitenteignet werden und dass sie ihre Wohnung verlieren. Das ist eine handfeste Lüge. Genossenschaften sind gemeinnützig, nicht nur im Wohnbereich, das gilt übrigens auch in der Produktion und anderes und die sind ausgenommen, natürlich, selbst wenn Sie mehr als 2000 Wohnungen haben, ist doch quellig klar. Es geht um darum, dienen diese Unternehmen tatsächlich der Allgemeinheit oder geht es nur darum, Geld zu schneiden? Also erzählen Sie das auch ein bisschen weiter in der Verwandtschaft und bei den Nachbarn und anderswo und hier gibt es bestimmt auch noch mal unsere Fakten, worüber wird wirklich abgestimmt und worüber nicht. gerade hoch am Start auf der rechten Seite. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, Petra. Reinickendorf ist nicht nur in Marzahn gibt es hier CDU, sondern auch hier in Reinickendorf. Reinickendorf ist ja bekanntlich ein CDU-lastiger Bezirk. Warum lohnen sich die fünf Kreuze für die Linke auch hier in Reinickendorf? Na ja, erstens mal möchte ich nicht nur zwei, drei oder vier Bezirksverordnete der Linken sehen, sondern ich möchte gern, dass in der Bezirksverordnetenversammlung und wenn es dann ein entsprechendes Ergebnis gibt, vielleicht auch darüber hinaus, die Linke stark vertreten ist. Auch im Bezirk gilt, da wo die Linke draufsteht, ist mehr soziale Gerechtigkeit drin und da wo die Linke draufsteht, ist auch mehr Demokratie und Beteiligung drin. Ich habe mich übrigens gefreut, dass hier so viele bewegte Bürgerinnen und Bürger bei euch hier unterwegs sind und ich habe letztens beim Empfang der BVV-Fraktion hier sehen, wie gut ihr hier schon verwurzelt und vernetzt seid und wie viele Leute auf euch setzen, beispielsweise wenn es um die Schaffung eines würdigen Gedenkortes geht, um der Euthanasieopfer zu gedenken, aber gleichzeitig aufzuklären, was passiert, wenn nicht rechtzeitig in der Gesellschaft das Stoppschild aufgestellt wird, wenn Menschen aufgrund von Eigenschaften oder was auch immer ihrer Lebensweise diskriminiert werden. Das gehört mindestens genauso dazu, wie ordentliche Verkehrs- und Radwege, eine ordentliche ÖPNV-Anbindung und natürlich auch Milieuschutz in bestimmten Siedlungen. Also alles, das beginnt in der Bezirksverordnetenversammlung, setzt sich fort mit einer starken Linken im Berliner Abgeordnetenhaus und dann mit einer starken Linken-Fraktion im Bundestag. Also wir bleiben dabei, für eine starke Fraktion in der BVV hier in Rheinickendorf, für eine starke Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und für eine starke Fraktion im zukünftigen Deutschen Bundestag, gehen Sie bitte wählen am 26. September und alle fünf Kreuze für die Linke und herzlichen Dank an der Stelle an Petra Pau und nochmal herzlichen Dank an Stefan Liebig, herzlichen Dank. Vielen Dank. So, dann verabschiede ich, also vielen Dank Petra und Stefan, dass ihr heute hier wart und Hakan natürlich auch und danke für das interessante Gespräch, das ihr hier geführt habt. Also, wenn ihr gebetet habt, zu dass ihr habt. Amen. 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 Eigentlich können wir sie uns schon lange nicht mehr leisten, weil sonst kommen wir nie zu einer Verkehrswende. Vielen Dank, Felix. Und genau, bleib aber bitte hier in der Nähe. Und jetzt begrüße ich Carlo von der Trettachteile. Komm doch bitte jetzt zu uns mal und mit Carlo reden wir über seine Initiative. Da geht es ums Wohnen und um Mieten. Also Verkehr und Mieten, das sind natürlich zwei der brennenden Themen, die uns hier im Bezirk beschäftigen. Lieber Carlo, bitte erzähl uns erst mal von euren Zielen. Ja, erst mal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung, lieber Felix, liebe Kai. Ja, wir sind von der Bürgerinitiative Altes Wasser Wegtiegel. Wir setzen uns seit 2016 für eine mit Augenmaß gestaltete Bebauung für dieses Gelände ein. Wir sagen nicht, da darf nicht gebaut werden, sondern die muss mit Augenmaß und gemeinwohlorientiert und unter sozialen Aspekten passieren. Wir sind leidgeplagte Mieter der Deutschen Wohnen gewesen. Die war ursprünglicher Eigentümer von diesem Grundstück. Die haben nichts investiert. Dadurch hatten wir massive Probleme mit Schimmelbefall etc. Dann wurde das Grundstück an einen privaten Investor aus Nürnberg verkauft und soll nun mit hochpreisigen Eigentumswohnungen bebaut werden. Dagegen wehren wir uns jetzt seit 2016. Da kann ich auch nur sagen, von Anfang an war die Linksfraktion, wobei da war sie ja noch nicht mal als Linke in der BVV, war sie von Anfang an unserer Seite und hat uns unterstützt. Also bis heute stehen die an unserer Seite. Dafür auch noch mal recht herzlichen Dank an euch. Zum Thema Wohnen in Berlin. Wir haben ja jetzt am 26. die Möglichkeit für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, mit Ja oder Nein zu stimmen. Unsere Ansicht nach ein sehr wichtiges Zeichen, mit Ja zu stimmen. Die Linke unterstützt das. Wir hatten gestern Abend noch eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Linken, Grünen, SPD, FDP. Da konnten wir uns ja ein sehr gutes Bild darüber machen, wie die anderen Fraktionen dazu stehen, die anderen Parteien dazu stehen. Und wenn wir eine soziale Gestaltung, was Wohnen betrifft, in Berlin haben wollen, brauchen wir eine starke Linke, muss ich mal so sagen. Ja, danke Carlo. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Dann möchte ich doch mal das Mikrofon an Felix bitte kurz geben, damit auch Felix du deine Einschätzung als Bezirkspolitiker dazu geben kannst. Na also erstmal möchte ich natürlich, also vielen Dank für die freundlichen Worte, Carlo, und möchte natürlich auch den Dank zurückgeben. In der Tat, ich schätze auch die Zusammenarbeit mit euch außerordentlich. Und selbstverständlich stehen wir an eurer Seite und wir werden auch in Zukunft immer an eurer Seite stehen. Das ist Ehrensache, weil es geht hier darum, dass die alteingesessenen Mieterinnen und Mieter und auch Gewerbetreibenden nicht verdrängt werden. Und das ist für die Linke halt ein Herzensthema. Da sind wir sehr, sehr klar positioniert. Und es ist mir ehrlich gesagt auch unverständlich, dass es da noch keine Lösung gibt. Wir sind natürlich auch für Wohnungsbau, das ist ganz klar, Wohnungsbau ist ein wichtiges Element unserer Gesamtstrategie, um auch bezahlbare Mieten sicherzustellen, neben Ankauf und auch Mietpreisregulierung. Wir sind aber für eine behutsame sozusagen Ergänzungsbauten in der Trettachzeile auf dem Areal. Es ist ja ein großes Areal, es gibt da auch wichtige Schutzbelange, die berücksichtigt werden müssen. Wir haben dort alten Baumbestand. Wir wollen natürlich, dass der bestehen bleibt. Wir wollen, dass er öffentlich zugänglich gemacht wird. Es gibt Kitas in der Umgebung, Schulen, die auch dort Unterricht im Freien verlegen können, Biologieunterricht, auch mal in den richtigen Wald gehen können, mitten in der Stadt. Da kann man viel mit machen. Wir brauchen in Reiningdorf angesichts der älter werdenden Gesellschaft mehr Pflegeplätze. Da gibt es auch gute Gespräche, die die Mieterinitiative ja von Anfang an geführt hat mit diversen Trägern. Auch da würde sich das Grundstück hervorragend eignen für eine soziale Nutzung. Ich muss auch sagen, ich war beeindruckt, als ich vor bald zehn Jahren oder ist schon eine Weile her, als wir das erste Mal Kontakt hatten, ich glaube zehn Jahre sind es noch nicht, aber es ist schon lange her, dass ihr von Anfang an nicht nur gesagt habt, was nicht geht, sondern dass ihr von Anfang an auch überlegt habt, was ist denn da möglich und was kann man da Sinnvolles auf dem Grundstück tun. Natürlich kann man da auch Wohnungen bauen, aber wir wollen hier nicht der Betonideologie frönen und da den Wald platt machen und alles zubauen, zumal es dort ja auch Gebäude gibt, die unter Denkmalschutz stehen. Das ist das historische alte Wasserwerk beispielsweise. Und ihr habt eben von Anfang an euch einen Kopf gemacht, mit Experten gesprochen, euch beraten lassen und habt ein eigenes Konzept vorgelegt, was ich sehr gut fand und ich bedauere es, dass es dann nicht geklappt hat, dass man da selber sozusagen mit einem Investor tätig wird. Vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit. Und die Investoren, die dort dran waren, denen ging es immer nur um maximale Verwertung des Grundstücks, um das maximale Rausholen an Profit, was da möglich ist. Und das passt natürlich nicht zusammen, wenn man da halt eben das Grundstück kennt, wenn man weiß, die Schutzbelange, die Umweltschutzbelange, die Tierschutzbelange, das ist den alten Wald, den Denkmalschutz, der zu berücksichtigen ist. Aber wir sind nicht gegen Wohnungsbau, genauso wenig wie die Mieter jetzt die Betretterzeile. Auch dort kann man Wohnungen bauen, aber man muss sicherstellen, dass eben die Alteingesessenen nicht verdrängt werden. Und ich habe zu Frank Balzer, dem Bezirksbürgermeister, mehrfach gesagt, naja, dann können Sie doch einfach mal eine Initiative ergreifen und dann laden Sie diese Investoren ein und die Mieterinitiative. Dann setzt man sich an den Tisch und dann versucht man, einen vernünftigen Ausgleich zu finden, damit es dann auch im eigenen Interesse dann auch losgehen kann, auch mit dem Wohnungsbau. Und natürlich kann man da auch sagen, hier Leute, das ist das, was städtebaulich da vertretbar ist. Dafür kriegt ihr Baurecht. Ihr stellt sicher, dass in den bezahlbaren Wohnungen, die dort entstehen müssen, nach dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung, was die Linke gleich zu Beginn der Legislatur ja nochmal überarbeitet hat, sodass da noch mehr bezahlbare Wohnungen, Mietpreis- und Bedingungsgebunden entstehen müssen. Und diese Wohnungen werden eben reserviert für die alteingesessenen Mieter. Das ist, finde ich, eine Frage der Vernunft. Und wenn man da diese Initiative ergriffen hätte seitens des Bezirksamtes, hätte man meines Erachtens auch längst eine Lösung. Leider ist es nicht passiert. Und ich sage, Mieterschutz ist für die CDU eben kein Kernthema, keine wichtige Angelegenheit, auch wenn wir es immerhin hingekriegt haben, die CDU dazu zu bringen, auch in Reinigendorf jetzt das zweite Milieuschutzgebiet zuzuweisen. Wir haben eins zu Beginn der Legislatur bekommen in Reinigendorf-Ost. Wir haben jetzt ein zweites in Reinigendorf-West. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Hat auch viel zu tun mit dem Druck, den die Linke in den letzten Jahren gemacht hat. oder auch die Mieter-Initiative und viele andere aus der Zivilgesellschaft. Da ist aber trotzdem noch sehr viel Luft nach oben. Ja, vielen Dank, lieber Felix, für diese Einschätzung. Und Carlo, vielen Dank, dass du da warst. Du bist aber, glaube ich, auch noch ein bisschen hier und sitzt da rum, trinkst und isst vielleicht was. Also wer Interesse hat, dann nochmal mit Carlo auch vielleicht weiter zu reden oder sich auszutauschen. Ich denke, da hast du auch kein Problem mit, dass man das macht. Vielen Dank, lieber Carlo. Es ist mir noch ein Bedürfnis, auch Regina hier nochmal herzlichen Dank zu sagen und sie zu würdigen für ihre tolle Arbeit. Und ganz, ganz toll, was ihr geleistet habt, Carlo und Regina, mit euren Unterstützern. Und wir werden weiterkämpfen. Dann kommen wir zur nächsten Initiative vom Wohnen dann doch wieder zum Verkehr. Und damit möchte ich Michael Ortmann bitte auf die Bühne bitten. Professor, Professor, wir wollen ein bisschen angeben heute. Professor Michael Ortmann. Professor Michael Ortmann, bitte kommen Sie doch auf die Bühne zu mir an meine Seite. Er mag das gar nicht, wenn man das sagt. Danke, Prof. Na, ob das jetzt weiterhin machen sollte oder mache ich mich weiter unbeliebt. Michael vertritt die Bürgerinitiative Waldseevorteil und kämpft für Kiezblocks und Verkehrsberuhigung. Lieber Michael, sag uns doch einfach mal, was sind genauer die Ziele von deiner Initiative, von eurer Initiative? Weil ihr seid ja ziemlich viele. Ja, danke schön, liebe Kai. Danke schön, lieber Felix. Unsere Initiative gibt es schon seit über 20 Jahren. Es fing schon im letzten Jahrtausend an, als meine Vorgänger Dispute hatten mit dem Bürgermeisterkandidaten der CDU, Michael Wegner. Also so war es schon mal vorab. Ich möchte gerne euch erklären, was denn eigentlich ein Kiezblock ist. Kiezblock ist die neue Bewegung von Changing Cities. Changing Cities ist die Vereinigung, die aus dem Radentscheid hervorgegangen ist, die vor fünf Jahren das wegweisende Mobilitätsgesetz in die Wege geleitet hat. Und das nächste große Ding dieser Initiative von Changing Cities sind Kiezblocks. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das ist. Kiezblocks sind, umgangssprachlich gesagt, verkehrsberuhigte Nachbarschaften. Nachbarschaften, die man nicht mehr mit einem Auto durchqueren kann, wo man aber noch an jenen Punkt mit dem Auto hinkommt. Aber man kommt nicht mehr einfach durch. Und sowas wollen wir auch bei uns im Waldseeviertel haben. Dafür kämpfen wir schon seit über 20 Jahren. Und wurden halt immer wieder hingehalten von derselben Politik, die seit mehr als 20 Jahren regiert hier in Reinickendorf. Ihr wisst alle, wer das ist. Ja, das ist so im Grunde genommen Kiezblock. Jo, danke Michael. Genau, jetzt können wir uns auch etwas besser was vorstellen. Also wir Reinickendorfer geleiden ja halt tatsächlich unter diesem Durchgangsverkehr. Und da möchte ich natürlich jetzt Felix fahren, wieder als Experten für Kommunalpolitik. Felix, was kann die Linke für Kiezblocks tun, für Verkehrsveräubung und für den Kampf gegen diesen Durchgangsverkehr, der unsere Kieze zerstört? Also vielleicht erlaube ich mir nochmal einen Satz zu sagen, worum es geht beim Waldseeviertel. Das Waldseeviertel ist ein Wohngebiet. Es liegt ganz am Rande des Straßennetzes. Es handelt sich um kleine Nebenstraßen. Das Waldseeviertel ist ein Wohngebiet, was missbraucht wird von Autofahrern um 60 bis 90 Sekunden, das ist die Zeitspannung, um die es geht, zu sparen als Schleichweg von der B96 in die Stadt. Und da ist die Position der Linken völlig klar. Wir stehen an der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen die Lebensqualität im Wohngebiet schützen. Die Menschen schützen vor Lärm und Schadstoffen. Und es geht uns auch um Verkehrssicherheit, weil die Straßen im Waldseeviertel sind nicht angelegt, um den überörtlichen Verkehr aufzunehmen. Dafür ist die B96 gedacht. Und der Ansatz der CDU, man müsse jetzt die B96 entlasten, indem man Autoverkehr durch Wohngebiete führt, das halte ich für Schildbürgertum. Das halte ich für völlig absurd. Die Straßen im Waldseeviertel sind nicht dafür angelegt. Und die Linke steht an der Seite der Bürgerinitiative, die auch sehr gut organisiert ist, die auch sehr konkrete und kompetente Vorschläge gemacht hat, die selbstständig Verkehrszählungen durchgeführt hat. Michael Ortmann ist ja Mathematikprofessor. Die haben auch eine hohe Qualität, diese Gutachten. Und die haben das alles auch noch mal bestätigt. Das kann so nicht weitergehen im Waldseeviertel. Und wir haben uns deshalb eingesetzt dafür, dass es zunächst mal ein Verkehrsexperiment gibt. Wir haben gesagt, lasst uns noch mal das Waldseeviertel zumindest für eine bestimmte Zeit lang für den motorisierten Individualverkehr schließen. Und lasst uns dann untersuchen, wie wirkt sich das aus auf die kleinen Straßen östlich, vor allem des Waldseeviertels. Das sind auch Wohngebiete. Und das ist dann tatsächlich, und da war ich ein bisschen überrascht, dann auch ein Beschluss, in einem Beschluss gemündet der BVV. Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen, mit den Stimmen der CDU und der AfD. Nur die SPD wusste nicht genau, wie sie sich dazu verhalten soll. Da waren die Gespalten, die Genossinnen und Genossen, die Autofahrerfraktionen und die, die für Verkehrswende sind. Und dann haben sie sich enthalten, aber es gab einen einstimmigen Beschluss. Und trotzdem ist es halt eben so, dass dieser bis niemals umgesetzt wurde. Weil es reicht leider nicht, in der BVV einen Beschluss herbeizuführen, was schwer genug ist, wenn man der kleinsten Fraktion angehört, sondern wenn das Bezirksamt das doof findet, und in diesem Fall war das so, Frau Schulze-Berndt findet, das ist Hexenwerk, das kann nicht sein. Ein Wohngebiet für den Autoverkehr schließen, das geht doch nicht. Wir müssen doch im Gegenteil, die großen Straßen entlasten, die sollen mehr durch die Wohngebiete fahren, die Autos. Dann wird es halt einfach in die Mülltonne getreten. Deshalb will die Linke auch, dass BVV-Beschlüsse zukünftig eine größere Verbindlichkeit haben. Wir haben momentan nur Verbindlichkeit bei B-Plan-Aufstellungen, bei der Einsetzung des Bezirksamtes und bei dem Bezirkshaushalt. Alles andere sind Anregungen für Verwaltungshandeln. Und dann wurde, für die Demokratie in Reiningdorf ist es nicht gut, wurde dieser Beschluss halt eben schlicht und ergreifend nicht umgesetzt. Aber was ich dann wirklich noch, wirklich die Höhe fände, was mich wirklich empört hat, ist, dass Sie dann nach 20 Jahren Engagement so einer Bürgerinitiative mit, ich weiß nicht wie viele hundert Aktiven oder was ihr habt, wo es um Verkehrsberührung im Wohngebiet geht, dann tatsächlich die CDU-Stadträtin vorgeschlagen hat. Und das ist der Ansatz, den sie jetzt verfolgt, dass der Autoverkehr doch einfach noch viel schneller durch das Wohngebiet fließen soll. Und dann ist doch alles prima. Da muss man jetzt nur irgendwie die Straßen herrichten, damit der Autoverkehr noch schneller durch das Wohngebiet rollen kann. Vielen Dank, da hat sich das Engagement bis jetzt nicht gelohnt. Da wurden die Bürger nicht ernst genommen. Da wird immer viel geredet von Bürgernähe, von allen Parteien im Wahlkampf. Aber hier wird sozusagen der Bürgerwille ins Gegenteil verkehrt. Und das werden wir, Frau Schulze, nicht durchgehen lassen. Und wir werden weiter kämpfen in der nächsten BVV für eine effektive Verkehrsberührung im Waldseeviertel. Und ja, wir können uns auch einen Kiezblock nach Vorbild Barcelona vorstellen. Danke, Felix, für diese Einschätzung. Und Stichwort, dieser Beschluss wurde nicht umgesetzt. Das heißt, wie gesagt, 20 Jahre sind vergangen. Michael steht hier und kämpft weiter. Und da möchte ich natürlich fragen, was sind denn die nächsten Projekte? Ja, Kai, lass mich noch kurz was zu dem Beschluss sagen, der durchgesetzt worden ist. Wir haben jetzt in den letzten drei Jahren tatsächlich sehr viel Druck gemacht mit Fakten, die wir auf den Tisch gelegt haben. Das heißt, wir waren nicht nur eine große Klappe, sondern da war auch was dahinter. Und es war halt wirklich fantastisch, die Unterstützung von Felix und seiner Linksfraktion. Eine Art der Unterstützung, die wir gar nicht erwarten durften, weil Felix hat ja schon gesagt, es sind nur drei Leute in der Fraktion von 55 in der ganzen BVV. Und wenn Felix gerade mal eben bescheiden von diesem Beschluss gesprochen hat, dann war er der Architekt dieses Beschlusses. Er hat eigentlich die ganzen Schafe aus der BVV vor sich hingetrieben und das für uns engagiert. Felix, unglaublich, was du mit deinem Charisma, deinem Fachwissen, Eloquenz für uns geschafft hast. Alle Parteien haben diesen Beschluss, dass doch wenigstens mal ausprobiert wird, was passiert, wenn der Verkehr dann nicht mehr durchführt, mitgetragen. Ganz zum Schluss hat die SPD dann kalte Füße gekriegt und sich enthalten. Aber der Felix hat es hingekriegt, unsere Initiative aufzugreifen und in einen einstimmigen Beschluss im Verkehrsausschuss umzusetzen und der dann ohne Gegenstimmen auch in der BVV beschlossen wurde. Felix, das war ganz großartig von dir. Wir sind schwer beeindruckt. Vielen Dank. Wie gesagt, was Felix dann nicht im Griff hat, ist natürlich das CDU-geführte Bezirksamt, was aus ideologischen Gründen dann diesen Verkehrsversuch nicht machen wollte und den einfach abgeblasen hat. Stattdessen soll jetzt die Straße ausgebaut werden. Ja, ganz toll für eine bürgernahe Partei wie die CDU. Der Bürgermeister Frank B. beginnt mit B, hört mit Alzer auf, der uns ja nun hier im Landes-, im Abgeordnetenhaus vertreten will, hat in einer großen Boulevardzeitung in Berlin nach dem ADAC gerufen. Wo ist denn bitte der ADAC, der sich wenigstens mal für die Autofahrer einsetzt? Ich sage euch, was der ADAC will. Der ADAC hat eine Broschüre herausgebracht. In dieser Broschüre befürworten sie verkehrsberuhigte Nachbarschaften, Kiezblocks. Also genau das, was wir fordern. Die CDU mit dem Herrn Frank B. an der Spitze ist so rückständig, dass sie eigentlich wieder auf die Bäume gehören, da wo sie schon herkommen. Die Linke, die ja einmal das Attribut progressiv trägt, ist in diesem Sinne gar nicht progressiv, sondern die ist stinknormal, voll normal. Autoverkehr gehört auf die Hauptstraßen und nicht durch Nebenstraßen, wie der Felix es schon gesagt hat. Und egal, wie ihr in der großen Politik denkt, wie ihr in der Landespolitik denkt, aber bitte, die Linke hier im Bezirk ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und vertritt genau das, was die Bürger wollen. Ich bitte euch alle, als ganz normaler Bürger, bitte wählt die Linke, wählt Felix, damit er wieder in Fraktionsstärke noch mit mehr Macht reinkommt, denn was er jetzt schon für uns geleistet hat, kann er mit viel mehr Leuten im Rücken noch viel mehr erreichen. Also sagt es weiter, wir brauchen die Linke bei uns. Dankeschön, ich glaube, Michael, du bist halt unser bester Wahlkämpfer. Ja, mit diesen Worten, Dankeschön, dass du hier warst und ich glaube, Michael, du bist auch noch ein paar Minuten länger vielleicht hier, dass auch, wenn jetzt jemand noch Fragen hat an die Bürgerinitiative, du da mit Rat und Tat zur Seite stehst, vielleicht von deinen Erfahrungen auch erzählen kannst und ja, Felix ist in jedem Fall im Thema drin, du möchtest noch was sagen, bitte sehr. Danke, Kai. Also, du sagst es ja noch, wie geht es weiter? Es geht weiter, dass wir einen Einwohnerantrag vorbereiten, indem wir das Thema nochmal wieder in die BVV bringen, direkt, wenn es die neue BVV gibt. Dazu brauchen wir Unterschriften, Unterschriften von Reinickendorfern, die liegen dort in dem mittleren Stand aus. Da liegen unsere Unterschriftenlisten und ich möchte alle bitten, die hier mit unserem Anliegen Sympathie haben, diese Liste zu unterschreiben. Dankeschön. Danke, dann gebe ich doch nochmal los, ganz kurz das Mikrofon an Felix. Also, du bist damit im Lassen, Michael, vielen Dank und bitte wendet euch an Michael, wenn ihr noch Fragen zum Thema Kiezblocks habt. Und jetzt nochmal kurz zu Felix. Ja, also erstmal vielen Dank für die freundlichen Worte, Michael, ich bin ganz gerührt. Ich mache nur meinen Job. Ja, ich wollte vielleicht noch Folgendes sagen. Also, die Linke ist für einen konsequenten ökologischen Umbau, aber anders als die Grünen denken wir das immer, grundsätzlich immer mit dem Sozialen mit. Wir sind die einzige Partei, die wirklich für einen sozial-ökologischen Umbau sind. Und in dieser Frage sind wir strikt dagegen, dass überörtlicher Verkehr durch ein Wohngebiet geführt wird. Und ja, wir wollen perspektivisch nicht mehr, dass alle mit dem Auto durch die Stadt fahren. Aber das muss natürlich einhergehen damit, dass der öffentliche Personennahverkehr deutlich gestärkt und ausgebaut wird, aus unserer Sicht perspektivisch dann auch fahrscheinlos wird. Und ich möchte einfach nochmal sagen, wir wollen nicht, dass das Autofahren vom Geldbeutel abhängt. Da haben wir auch eine andere Position als zum Beispiel die Grünen. Und wir wollen auch nicht, dass die Krankenschwester im Humboldt-Klinikum, die Hervorragendes leistet für unsere Gesellschaft, gerade in der Corona-Zeit, dass die dann irgendwie für zehn Stunden während sie im Dienst ist irgendwie Parkgebühren bezahlen muss. Und wir wollen auch nicht, dass Menschen, deren Wohnungen modernisiert werden, damit sie weniger Energie verschwenden, dann aber eine Mieterhöhung kriegen und aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Also, mir ist einfach wichtig gewesen zu sagen, wir wollen eine Verkehrswende, aber wir wollen immer das Ökologische und das Soziale zusammendenken und wir werden niemals das Soziale vergessen in diesem Zusammenhang. Dankeschön. Danke, Felix. one. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, herzlich willkommen Katina. Und dann möchte ich gleich nochmal die andere Interviewpartnerin heute einführen. Das ist Ava Bartosch von der linken Jugend von Reinickendorf. Und wenn ihr euch ihr zartes Alter von 14 Jahren reinzieht, dann wisst ihr, es lohnt sich euch bei der Linken zu engagieren. Am besten jetzt und in Zukunft noch viele, viele Jahre. Und damit übergebe ich jetzt auch Ava das Mikrofon. Und vielen Dank, dass ihr beide hier seid. Ja, das tut mir jetzt, ich habe die Leute tanzen sehen, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass wir jetzt mit Landespolitik weitermachen müssen. Aber ein bisschen Politik muss ja doch sein. Gerade bei einer Woche vor der Wahl, bald ist es geschafft. Und bald können sie, viele von euch während der Kreuznieder schon gemacht haben. Und die anderen, die es noch nicht gemacht haben, hoffe ich, dass wir sie heute überzeugen konnten, sofern sie es nicht sowieso schon sind. So, leider, wie gesagt, Kai hat es schon gesagt, muss Klaus leider absagen, wegen Krankheit. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung und hoffen auf eine schnelle Genesung, damit er ab morgen dann in Spandau wieder voll mit dabei ist. So, hier auf der Bühne, Kai hat es auch schon gesagt, Katina Schubert, man kann sie hier wählen. Sie hat ihr Büro hier im Senftenberger Ring, im Märkischen Viertel. Manche von Ihnen werden es kennen, mich trifft man da manchmal an. Und, ja, Katina, was hat dich eigentlich ins Märkische Viertel gezogen? Du kommst ja aus Bonn, und was machst du jetzt hier? Was war das Reizvolle an diesem Wahlkreis? Ich glaube, dass es einer der reizvollsten und schönsten Wahlkreise überhaupt in Berlin ist, weil wer hat schon das Märkische Viertel, eine der ältesten Großsiedlungen in Westberlins, und gleichzeitig eines der ältesten Dörfer in einem Wahlkreis, mit so viel Grün und so viel Unterschiedlichkeit. Insofern, glaube ich, war das eine gute Wahl, und ich fühle mich hier auch sehr wohl. Und ich hoffe, dass mein Büro auch ein guter Anlaufpunkt ist für viele, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Das haben wir jedenfalls festgestellt in den letzten fünf Jahren, seitdem es existiert. Und das würden wir auch gerne weiter betreiben. Das Märkische Viertel ist ja jetzt kein Bilderbuch. Ich würde Sie mal fragen, was sind die größten Probleme hier? Das ist aus. Ich betrachte immer weniger Probleme als viel mehr Chancen. Und ich glaube, dass hier in diesem Viertel einfach viel Potenzial steckt, dass hier irgendwie viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenleben, Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher, mit unterschiedlichem Einkommen, Leute, die auch sehr arm sind. Das ist auch ein sehr armes Viertel. Aber es wohnen eben auch viele Leute hier gerade in den obersten Etagen, die die schöne Aussicht genießen, denen es besser geht. Und diese Mischung ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir so eine gute Mischung haben, dass die Leute friedlich und gut zusammenwohnen. Wir haben hier im Märkischen Viertel ein tolles Netzwerk von der zivilgesellschaftlichen Organisation, den Bildungsverbund, hinten das FACE macht ganz viel an Vernetzungsarbeit im Bereich mit der Arbeit mit Geflüchteten, mit den Bewohnern und Bewohnern des Märkischen Viertels. Also ich glaube, dass das eigentlich eine gute Lebensqualität ist. Und natürlich gibt es in jedem Viertel Probleme. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Es gibt große Verkehrsprobleme. Ich wünschte mir, wir könnten es ja durchsetzen, endlich die Straßenbahn hinten von Rosenthal bis hierher weiterzuführen. Und das zügig. Und es wird auch immer über die U-Bahn geredet. Wir haben nichts gegen die U-Bahn. Und wenn das irgendwie darstellbar ist, die U8 hierher zu verlängern, bitteschön. Aber das wird den Bewohnerinnen und Bewohnern des Märkischen Viertels seit 40 Jahren versprochen. Und seit 40 Jahren ist nichts passiert. Und da ist es, glaube ich, schneller und einfacher, die Straßenbahn zu verlängern. Und da kann man die U-Bahn immer noch in den nächsten 40 Jahren bauen. Wir sind ja gerade Zeuge eines großen Streiks bei den Berliner Krankenhäusern. Kathina, du kommst gerade vom Humboldt-Klinikum, wo du mit den Streikposten vor der Tür gesprochen hast. Wie ist die Stimmung und was haben sie dir gesagt? Die Stimmung ist kämpferisch. Sie sind nicht bereit, da irgendwie jetzt klein beizugeben. Auch wenn die Geschäftsleitung der Vivantes, wozu das Humboldt-Klinikum ja gehört, hat immer noch versucht, auf Zeit zu spielen. Der Stand jetzt ist, dass sondiert wird, dass man dort doch zu Tarifverhandlungen kommt. Das geht an der Charité deutlich schneller als bei Vivantes. Wir haben ja gestern Abend noch im Berliner Abgeordnetenhaus eine Entschließung gefasst, wo irgendwie deutlich wird, dass das Land Berlin als Eigentümer auf der Vivantes-Kliniken und der Charité im Zweifelsfall auch für die Tarifverträge gerade steht, so dass das Argument, das kann ja keiner bezahlen, dass Menschen ordentlich bezahlt werden, nicht mehr greift. Es gab ja im letzten Jahr auch viel Applaus für Klinikpersonal. Wann kriegen wir Entlastung und eine Entlohnung, die der hohen Verantwortung dieses Berufs entspricht? Das kann ich dir im Einzelnen ehrlich gesagt nicht sagen, weil es handelt sich um Tarifverhandlungen. Und die Tarifverhandlungen führt die Gewerkschaft Verdi und der Vorstand der Charité und die Geschäftsleitung der Vivantes. Aber wir haben sie gestern nochmal dazu aufgeführt, jetzt zügig zu Verhandlungen zu kommen und nicht auf Zeit zu spielen. Und nicht zu glauben, wenn der Wahltermin erstmal verstrichen ist, dann würde sich keiner mehr drum kümmern. Das ist nicht der Fall. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt, oder nicht wir, sondern dass die Tarifparteien, die Tarifpartner jetzt schnell zu einem Abschluss kommen, so dass wir dann auch daran gehen können, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, damit die Krankenhäuser das wirtschaftlich auch darstellen können. Man muss einfach wissen, wir haben ein Gesundheitssystem, das durch Entscheidungen der Bundesebene seit den 90er Jahren völlig durchökonomisiert worden ist. Man geht davon aus, ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und ein Wirtschaftsunternehmen ist dazu da, Gewinne abzuwerfen. Das ist in sich schon ein Widerspruch. Denn ein Krankenhaus hat genau eine Aufgabe, Menschen gesund zu machen. Und das kostet Geld. Und das braucht qualifiziertes Personal. Sowohl unter den Ärztinnen und Ärzten, unter den Pflegerinnen und Pfleger, aber auch in der Küche, beim Reinigungspersonal. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig Hygiene im Krankenhaus ist. Und deswegen ist es so falsch, zu glauben, wenn man alles billig, billig, schnell, schnell macht, würde man irgendwie gute Krankenhäuser hinkriegen. Nein, das ist nicht so. Krankenhäuser gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Krankenhäuser kosten Geld. Und deswegen muss da jetzt endlich eine Änderung auf der Bundesebene her. Deswegen muss man die Linke auch oft in den Deutschen Bundestag wählen. Und wir brauchen hier in Berlin eine klare Ansage an die Vorstand und die Geschäftsseite und der Vivantes, dass sie diese Tarifabschlüsse jetzt vornehmen sollen. Und letzter Satz zu dem Punkt nochmal. Wer sich überlegt, wer jeden Tag mit der BVG fährt, muss dafür zwar bezahlen, aber müsste die BVG Gewinne abwerfen, müssten wir ungefähr das Fünffache bezahlen für eine Fahrt. Das müssen wir aber nicht, weil das Land Berlin die BVG subventioniert. Und genauso selbstverständlich muss es auch sein, dass das Gesundheitssystem so funktioniert, dass tatsächlich die Leute da auch gesund werden und nicht, dass da irgendwie Gewinne gemacht werden. Und nicht weit von hier stehen die Helios-Kliniken, die Lichtenberg, die Sana-Kliniken. Die machen richtig Kohle damit, dass Leute krank sind. Und das ist nicht nur unanständig, das ist auch systemfremd. Und das muss geändert werden. Auf Bundesebene müssen wir die entsprechenden Weichen stellen. Und hier im Land Berlin unsere landeseigenen Krankenhäuser Vivantes und Charité stärken und dafür sorgen, dass es zumindest dort gute Arbeitsbedingungen gibt. Das ist nicht nur gut für die Beschäftigten, sondern auch für uns als Patientinnen und Patienten. Ja, weil die Uhr schon ein bisschen fortgeschritten ist. Harter Themenwechsel. Von viel Applaus zu wenig Applaus. Im letzten Jahr hatte ich ja Theaterkarten. Und im März, einen Tag bevor Klaus Lederath dann entschieden hat, die Volksbühne zu schließen, Ich war ein wenig sauer auf ihn. Ich wollte ihm das jetzt gerne persönlich fragen. Aber die Geschichte hat ja gezeigt, dass er recht damit hatte. Nun ist aber die Frage, nun ist dieses Jahr auch vorbei. Und wir merken, uns fehlt die Kultur in Berlin erst so richtig, wenn sie dann nicht mehr da ist. Oder wenn sie nicht mehr offen ist. Was wollen wir denn jetzt unternehmen, damit die Kultur in Berlin erhalten bleibt? Und dann vieles liebgewonnen, nicht einfach dieses Jahr jetzt nicht übersteht. Also erstmal, finde ich, hat das Klaus Lederer sehr brillant gemacht, dass er sofort ein Soforthilfeprogramm für die Kultureinrichtungen im Land Berlin auf die Beine gestellt hat. Und zwar sowohl für die landeseigenen Kultureinrichtungen wie die Volksbühne und andere, aber natürlich auch für Private. Weil in Berlin ist die Kultur ja unglaublich vielfältig. Wir haben die kleinen Theater in den Bezirken. Wir haben die Bibliotheken, die irgendwie in den Bezirken sind. Aber wir haben auch die großen Bühnen, von denen sozusagen der internationale Ruf Berlins lebt. Und für alle die hat Klaus sofort organisiert, dass sie weiter existieren können, dass keines dieser Kultureinrichtungen in die Pleite geht. Für die Großen war das natürlich nicht ganz so kompliziert, weil die haben fest Angestellte, die sie in Kurzarbeit schicken konnten. Für die Kleinen, die sozusagen von der Hand in den Mund leben, gab es die Hilfen für die Soloselbstständigen, die Hilfen für die kleinen Unternehmen, die Kulturhilfe. Und jetzt wird der nächste Schritt jetzt ist, wo sie alle wieder auf sind, aber unter Corona-Bedingungen natürlich noch mehr schärfere Hygieneverkehrungen einhalten müssen, dass mit einem Neustart-Kulturprogramm dann auch zusätzliche Hilfen mobilisiert werden, damit das, was Berlin ausmacht, diese vielfältige Kulturlandschaft in den Kiezen, wie auch auf der ganz großen Bühne, wo die ganze Welt drauf schaut, dass das erhalten bleibt, dass sich das weiterentwickeln kann, dass man überall, wo man in Berlin wohnt, schnell in eine Bibliothek kommt, dass man überall, wo man in Berlin wohnt, ein kleines Theater vorfindet, kleine Bühnen, dass die Musik sich ausleben kann, deswegen auch das Projekt Draußenstadt, was Klaus mit seinen Kulturfreundinnen und Freunden entwickelt hat, was ja auch hier stattgefunden hat, das ist zentral wichtig. Und ich glaube, er hat da viel geleistet, um die Kultur lebendig von unten nach oben wachsen zu lassen und die Vielfalt Berlins auch sich in der Kultur ausdrücken zu lassen. Die große soziale Frage ist ja immer noch die Frage nach den immens steigenden Mieten und diese Frage ist ja nicht nur hier in Berlin jetzt Thema, sondern wirklich bundesweit. Was kann Politik gegen diese unfassbar hohen Mieten tun? Also das Erste, was man schon mal machen kann, ist am 26.09. sein Kreuzchen beim Ja anmachen, das Ja zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Damit hätten wir in Berlin einen wichtigen Hebel, um die Zahl der Wohnungen, die in kommunalem Besitz sind, zu verdoppeln, fast zu verdoppeln. Das wäre ein Mittel. Wir hatten ja in Berlin einen zweiten Hebel gewählt, nämlich den Mietendeckel. Da hat das Bundesverfassungsgericht leider gesagt, man kann zwar Mietendeckel machen, aber nicht das Land Berlin, das muss der Bund machen. Und deswegen sagen wir als Linke, wenn das Verfassungsgericht sagt, der Bund kann das machen, dann soll er es auch machen. Wir wollen einen Mietendeckel bundesweit und dafür streiten wir auch auf der Bundesebene. Wir haben als Land Berlin, als Rot-Rot-Grüne Koalition jetzt beim Bundesrat einen Antrag eingebracht, der die Länder und Kommunen ermächtigen soll, dort wo angespannte Wohnungslagen sind, wie hier in Berlin, wo die Mietpreise davon galoppieren, dass entsprechende Mietendeckel gemacht werden können. Dazu braucht es eine sogenannte Öffnungsklausel. Und natürlich wollen wir auch weiter bauen. Es ist in Berlin so viel gebaut worden in den letzten fünf Jahren wie in den 20 Jahren vorher nicht. Aber es geht auch nicht nur darum, dass irgendwas gebaut wird, sondern dass bezahlbarer Wohnraum gebaut wird. Und um das umsetzen zu können, müssen wir auch Grund und Boden sichern. Grund und Boden kann man ja nicht einfach vermehren, ist ja logisch. Das Land Berlin hat eine bestimmte Fläche und das ist das, was vorhanden ist und darauf kann man bauen. Und dadurch, dass viel Fläche in privatem Besitz ist, mit der spekuliert wird, weil je länger man etwas brach liegen lässt, desto mehr glauben dann diejenigen, denen es gehört, dann könnten sie höhere Preise für kriegen, desto mehr verteuert sich auch der Neubau. Und deswegen sagen wir auch, wir müssen so viel Grund und Böden wie möglich in die Hand des Landes Berlin bekommen. Deswegen haben wir einen Bodenankaufsfonds eingerichtet, damit dann auch günstig gebaut werden kann, durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und durch die Genossenschaften, die ja auch gemeinwohlorientiert sind. Das sind sozusagen die Hebel, die wir in Bewegung setzen, damit hier mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht im Land Berlin und niemand seine Miete mehr oder weniger aus dem Kühlschrank finanzieren muss, weil er sich das Essen nicht mehr leisten kann, weil er so viel für die Miete zahlen muss. Und wer die Linke wählt, kann sich darauf verlassen, dass wir genau diesen Weg weitergehen. Mehr bezahlbarer Neubau, Mieten regulieren, weitere Wohnungen ankaufen, in kommunalen Besitz bringen, weil alle kommunalen Wohnungen liegen unter einem Mietendeckel, einem kommunalen Mietendeckel sozusagen nur für die kommunalen Wohnungsunternehmen. Und damit schaffen wir es auch insgesamt, den Markt etwas zu beruhigen. Wo wir gerade bei Mittelpunktthemen dieser Wahlwahlen sind, dann kann es sich bestimmt jemand denken, vor allem da ist auch Klimapolitik. Ich selbst engagiere mich bei Fridays for Future Berlin und jetzt vor allem im Hinblick auf den 24.09. den globalen Klimastreik würde ich Sie fragen, was ist denn Ihre Meinung dazu, dass Schüler freitags auf die Straße gehen, um für ihre Zukunft zu streiken und warum schafft es die Politik nicht zu verhindern, dass es überhaupt nötig ist? Also erstmal finde ich es toll, wenn Schülerinnen und Schüler freitags auf die Straße gehen, um für das Klima zu streiken und zu demonstrieren. Und ich glaube, es braucht auch den Druck von unten, es braucht den Druck der Jugend, um auf Politik weiter Einfluss zu nehmen. Ich habe mir letzten Sonntag mal den Spaß erlaubt, mir dieses Triell anzugucken, diesen Dreikampf zwischen Laschet, Scholz und Annalena Baerbock. Und wenn man sich diese zwei älteren Herren, Scholz und Laschet, genau anhört, dann merkt man, dass sie das Wort Klimaschutz vor allen Dingen als Plakat vor sich herführen, aber keine konkreten Maßnahmen ergreifen wollen. Und wir merken das auch hier in Berlin in der Landespolitik. Wenn wir zum Beispiel, wir haben ja jetzt hier in Berlin das Klimaschutzgesetz verabschiedet, für Berlin, wo es dann darum geht, dass Solarpaneele auf die Dächer kommen, dass mehr Wärmedämmung gemacht wird, gibt es großen Widerstand von der konservativen Opposition, weil es sozusagen regulierend eingreift und weil es privaten Eigentümern etwas auferlegt, was sie tun müssen. Ich glaube, dass es notwendig ist, um das Klima real schützen zu können. Gebäude sind sozusagen einer der wichtigen Schlüssel. Ganz besonders deutlich wird es aber bei der Verkehrsfrage. Wenn wir sagen, wir wollen den Radverkehr ausbauen, wir wollen den Fußverkehr ausbauen, damit man sich sicher von A nach B bewegen kann, ohne Angst haben zu müssen, überfahren zu werden. Da ist ja auch das schöne Schild hier. Wenn wir sagen, wir wollen den ÖPNV ausbauen, damit niemand aufs Auto angewiesen ist, dann ist das für CDU, FDP, aber leider auch für Teile der SPD, ein diametraler, ein richtig großer Angriff auf die Freiheit des Einzelnen, weil ja offensichtlich Freiheit nur heißt, Auto zu fahren. Mein Freiheitsbegriff ist ein anderer. Ich finde Autofahren auch schick. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich will auch niemandem das Auto verbieten. Aber ich will, dass niemand mehr darauf angewiesen ist, sicher von A nach B zu kommen und dazu ein Auto braucht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da haben wir in Berlin noch eine Menge zu tun, haben aber auch schon ein bisschen was gemacht. Wir haben auch den Kohleausstieg hier schon beschlossen und fix gemacht. Aber das muss halt alles noch schneller gehen. Und das muss vor allem bundesweit schneller gehen. Und es muss europaweit schneller gehen. Und man darf nicht der eine das auf den anderen schieben und sagen, naja, wenn die nicht machen, dann machen wir auch nicht, weil das ist ja eh dreckig. Sondern ich glaube, wir müssen eine konzertierte Aktion der europäischen Länder hinkriegen. Wir müssen eine konzertierte Aktion der Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland hinkriegen. Und na klar, müssen wir uns auch ganz persönlich und selber manchmal fragen, muss ich jetzt ins Auto steigen oder kriege ich es nicht vielleicht doch zum Fuß hin? Da muss ich mich auch selber an die Nase fassen oftmals. Da bin ich auch ein bisschen ein Faulpelz. Aber da fängt es sich ja auch an, Bewusstsein zu verändern. Und da leistet ihr unglaublich viel. Ich glaube, wenn es diese Streiks nicht gegeben hat von Fridays for Future, dann wären wir in der Diskussion um Klimaschutz noch lange nicht so weit, wie wir jetzt sind. Ja, danke, danke, liebe Kaltina. Wie gesagt, ihr habt es in der Hand, wie es ab übernächster Woche weitergeht. Und jetzt folgt noch ein Musik-Act. Der liebe Ratsch, es lohnt sich, läuft noch nicht weg. Hallo, dass sie mich hier arrangiert hat und durfte hier mit Tommeln. Und wer Tommeln möchte, kann er gleich zu mir kommen, zu uns kommen. Ich habe genug Tommeln da. Hallo? 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eine Minute, Trommeln für warme Hände. Du müsstest nur, Katina, kurz zeigen, welchen Rhythmus wir trommeln. Einen einfachen Rhythmus. Jawohl, Katina hat sie Blut, ich mach mit. Handklatschen, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe jetzt eine Antwort auf die Frage, was macht Katina, wenn sie keinen Bock auf Politik mehr hat? Bis jetzt sagt sie ja immer, ich werde mich immer mit Politik beschäftigen, egal was ist. Aber ich weiß, Katina, vielleicht wartet das Trommler-Dasein im nächsten Leben doch noch auf dich. Das war mein erstes Mal. Es war ihr erstes Mal. Vielen Dank, dass wir hier mittrommeln durften. Und jetzt beginnt der Rausschmiss quasi. Also wir müssen jetzt leider das Festgelände räumen, aber bevor es soweit ist, möchte ich natürlich nochmal ein großes, großes Danke sagen. Und jetzt muss ich meine Lisse zur Hilfe nehmen, damit ich wirklich niemanden vergesse. Also zunächst einmal möchte ich Danke sagen an Raaj und alle anderen Künstler, die heute da waren. Vielen Dank und euer Applaus. Mein weiterer Dank gilt allen Gästen, die heute hier auf dem Podium waren, die mit uns diskutiert haben, Späßchen gemacht haben und sich mit uns die Zeit vertrieben haben. Ich weiß nicht, wer jetzt noch alles da ist von denen, die heute mit diskutiert haben. Mein Dank an alle an euch. Vielen Dank, dass ihr da wart heute. Und nicht zuletzt natürlich möchte ich euch Besuchern, den Großen und den Kleinen, den Alten, den Jungen, Danke sagen, dass ihr heute da wart und mitgemacht habt. Weil ohne euch ist doch jedes Fest irgendwie sehr leer. Also danke an alle Besucher heute. Und dann möchte ich natürlich auch den Helferinnen und Helfern danken. Also allen Genossinnen und Genossen, die heute da waren, auf die Stände aufgepasst haben, beim Aufbau geholfen haben. Jetzt die ganze Zeit dabei waren, gerade hinten bei den Ständen Popcorn, Kinderschminken und Zuckerwatte. Ich glaube, ihr hattet wirklich am meisten zu tun. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich finde, die Erwachsenen sollten eigentlich auch ein bisschen mehr Zuckerwatte und Popcorn essen und nicht nur die Kinder. Vielen Dank euch Helfern. Ich bitte um einen Applaus für euch alle, die ihr heute da wart und geholfen habt. Vielen Dank. Und ja, das ist eigentlich jetzt alles, was ich sagen kann. Bitte denkt bei der Wahl in neun Tagen daran, eure Kreuzchen zu machen. Am einfachsten ist es, ihr wählt immer links. Und beim Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, da wählt ihr Ja. Und dann habt ihr das Richtige getan und auch damit kann alles gut werden für uns. Damit bleibt gesund, kommt gut nach Hause und schön, dass ihr heute da wart. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. My dear, I like my toes down on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm a Englishman in New York. You see me walking down the avenue. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020